die ankunft der kinder im schloß der nachtfee alle gäste der nachtfee waren nun eingetroffen und nur das sandmännchen fehlte noch in dem großen kreise es war sonst immer sehr pünktlich und daher wunderte sich die nachtfee und wollte eben ein sternchen damit beauftragen einmal durch das große wolkenfenster die milchstraße entlang zu gucken ob denn der sandmännchen schlitten noch nicht zu sehen sei da kam plötzlich der milchstraßenmann wieder hereingelaufen und lachte so fürchterlich dass er kaum noch luft bekam ganz krumm stand er da und trat immer von einem bein aufs andere die nachtfee wollte wissen was denn nun schon wieder los sei und alle anderen natürlich auch aber der milchstraßenmann bekam vor lachen kaum ein wort heraus man verstand nur den einen satz frau nachtfee das sandmännchen ist verrückt ich glaube es hat den mondstich gekriegt dazu wies er mit der hand immerfort nach dem eingang hinter sich und richtig da kam das sandmännchen schon herein allerdings in einer begleitung die höchst erstaunlich war zwei kinder im nachthemd und ein maikäfer einen augenblick war alles stumm vor erstaunen dann aber ging ein ungeheures getose los der sturmriese heulte vor lachen der donnermann trommelte sich den bauch und hätte sich beinahe bei einem dönnerchen verschluckt der wassermann quakte wie ein betrunkener frosch der regenfritz jaulte vor freude wie ein verstimmter leierkasten die blitzhexe schrie und stank die windliese pfiff und summte der eismax meckerte wie ein ziegenbock vor vergnügen kurz es war ein höllenlärm in dem allem stand das sandmännchen ganz ruhig hatte die beiden kinder jedes an einer hand den maikäfer hinten an seinem schlafrockzipfel und sah sehr klug aus es dachte das getöse wird sich schon legen so war es dann auch die nachtfee stand auf und reckte die hand aus da waren alle still und nun fragte sie was das zu bedeuten habe zwei kinder im nachthemd und ein maikäfer hier in ihrem schloss beim fest der naturgeister jetzt trat das sandmännchen vor verneigte sich und erzählte klar und einfach wer dieser maikäfer sei und was die kinder hier wollten natürlich war nun das erstaunen noch größer aber es lachte keiner mehr sondern alle waren von dem mut der kinder entzückt besonders der eismax der sich so nahe heran drängte um peterchen zu betrachten daß ihm beinahe der schnurrbart von der sonne abgeschmolzen worden wäre die nachtfee sah den käfer an da hast du also wirklich zwei artige kinderchen gefunden die so viel mut haben und so viel liebe zu den kleinen tieren daß sie so große gefahren bestehen wollen für dich maikäferlein fragte sie zu dienen zu dienen frau nachtfee stotterte der sumsemann zitternd vor aufregung und machte mindestens sechs kratzfüßchen hinter dem rücken des sandmännchens donnerwetter hat der kerl ein glück bullerte der donnermann kolossal schnarrte der eismax und alle anderen waren derselben ansicht die nachtfee aber kam herunter von ihrem thron nahm die kinder in die arme und küßte sie auf die stirn fürchtet ihr euch denn gar nicht ihr kleinen wesen fragte sie anneliese sagte nichts sie faßte peterchen nur bei der hand und machte ganz große augen peterchen aber schüttelte energisch den kopf und zog sein holzschwert angst haben sie nicht meinte der sandmann schmunzelnd er hatte es ja schon verschiedene male festgestellt man konnte ihm auch wirklich glauben denn peterchen stand wie ein kleiner soldat so stramm mit seinem schwert vor der wilden gesellschaft im saal das machte natürlich dem eismax viel vergnügen und auch der morgenstern und der abendstern die söhne der sonne blitzten sich an der junge gefiel ihnen wirklich gut sagte die nachtfee und strich peterchen über den kopf denn nun sollten sie ihr abenteuer mit dem mondmann mit hilfe der großen naturkräfte bestehen weil es wirklich ein sehr gefährliches abenteuer war sturmriese donnermann und wassermann wurden also von der nachtfee gefragt ob sie den kindern helfen wollten natürlich wollten sie es und der donnermann dem das viel spaß machte trat ganz dicht an peterchen und anneliese heran um zu prüfen ob es mit der furchtlosigkeit auch wirklich stimmte potz knatter kneblein er will es wagen kann er denn einen richtigen donner vertragen bullerte er herr donnermann ich habe keine angst meinte peterchen unerschrocken und nahm anneliese dicht in seine arme bums gab es plötzlich einen fürchterlichen donnerschlag daß der boden der halle bebte und die säulen der kuppel an zu klingen fingen aber peterchen stand mutig vor dem wilden rothaarigen donnerriesen und sagte das war noch gar nichts herr donnermann machs ruhig noch mal auch anneliese hatte keine miene verzogen sie hielt dem donnermann nur einen rotbäckigen apfel zur besänftigung unter die dicke nase daß jetzt der donnerriese sich freute war selbstverständlich er fraß den apfel schmunzelnd auf meinte daß peterchen artilleriegeneral werden würde und schwor ihm gegen den mondmann zu helfen ebenso tat der sturmriese nachdem er einen plötzlichen fürchterlichen wirbelwind mit vollkommener finsternis gemacht hatte ohne die kinder umzublasen oder auch nur zu erschrecken auch der wassermann versprach ihnen seine hilfe weil er von den wassernixen wußte daß die kinder nicht wasserscheu wären und daß sie schwamm badewanne seife und zahnbürste tüchtig gebrauchten als peterchen ihm gar sagte daß er schon schwimmen könne wie ein kleiner frosch war der dicke wassermann vollkommen zufrieden und rutschte quachsend wieder in seine wanne zurück so war auch diese probe glücklich überstanden nur der maikäfer war schon anfangs bei dem großen donner umgefallen und hatte die ganze zeit auf dem rücken gelegen das war aber gleichgültig er hatte zum gelingen der fahrt nichts zu bedeuten da es nur auf den mut der kinder ankam die halfen nun dem umgefallenen zitternden sumsemann freundlich wieder auf die beine von dieser hilfsbereitschaft war die nachtfee und besonders die sonne sehr erfreut jetzt aber sollte die reise schnell fortgesetzt werden denn bis zum mondberg war es noch sehr weit und vor tag mußten peterchen und anneliese wieder in ihrem bettchen auf der erde sein sonst hätten sie nie mehr zurückgefunden da gab es nur einen rat sie mußten auf dem großen bären zum mond hinüber reiten der konnte nämlich furchtbar schnell laufen also befahl die nachtfee dem milchstraßenmann schleunigst den großen bären herbeizuholen der milchstraßenmann bekam einen schreck und meinte das ginge heute nicht weil der bär sehr böse sei grüne augen habe und selbst ihn den milchstraßenmann beim füttern beinahe gebissen hätte er solle den bären nur aus dem stall holen befahl die nachtfee man würde ihn schon sämen können so trottete der milchstraßenmann zum bärenstall um das ungetüm loszubinden und herbeizuführen er mußte gehorchen die nachtfee aber gab nun dem sandmännchen den auftrag den kindern weiter als führer zu dienen er solle den bären zunächst nach der weihnachtswiese auf dem monde lenken dann solle die reise über die mondhügel täler und wiesen am osternest vorbei bis zu der silbernen riesenkanone gehen die am fuße des höchsten mondberges steht in diese kanone müßten die kinder und der maikäfer hineingeladen und auf den berg hinauf geschossen werden denn anders könnten sie nicht hinauf kommen oben auf dem berge aber sei das abenteuer mit dem mondmann zu bestehen bis dahin solle sandmännchen helfen und gern sagte es zu alles dies nach der ordnung zu besorgen denn es hatte die beiden hemmenden metze schon schrecklich lieb weil sie so brav und mutig waren nun kam der große bär vom milchstraßenmann an der kette geführt durch die wolken herbei ein riesengroßes ungetüm war dieser bär schneeweiß war sein fell und dick und zottelig er war größer als der größte elefant und wenn er brummte klang es beinahe wie das bullern vom donnermann so stand er mitten im saal brummte und glotzte böse mit leuchtend grünen augen umher der milchstraßenmann machte ein sehr besorgtes gesicht zu der geschichte er wusste ganz genau wie stark der bär war und was er für grimmige zähne hatte er musste erst besänftigt werden denn so hätte man ihn gewiss nicht besteigen können da hatte der sandmann wieder einen guten gedanken die kinder sollten ihm äpfelchen zu fressen geben der bär war nämlich ein großer schlecker fritzer das wusste sandmännchen von den sternen die ihm manchmal ein wenig milchstraßenhonig zu lecken gaben weil sie ihm im fell wühlen wollten peterchen ging dann auch gleich mit einem apfel in der hand auf den bären los alle guckten es war wirklich ein sehr spannender augenblick als das groß mächtige ungetüm dem kleinen peterchen gegenüber den rachen aufriss und wild mit den bösen augen glotzte schwupp flog ihm der apfel gut gezielt in den weiten roten schlund schwupp klappte der rachen zu und das war sehr komisch abwechselnd grün und rot wurden die augen als wüsste der bär nicht ob er noch böse oder schon gut sein sollte seht ihr halb ist er schon gezähmt und gut rief das sandmännchen sehr vergnügt nun schnell noch einen zweiten apfel dann ist er zahm wie ein kätzchen anneliese stellte sich auf die zehenspitzen mit einem apfel im händchen sie war wirklich noch sehr klein denn sie reichte lange lange nicht hinauf bis an den großen rachen der über ihr aufklappte als der duft von dem äpfelchen kam also hob das sandmännchen die kleine tapfere anneliese hoch das sie ordentlich zielen konnte und haps hatte der bär das äpfelchen verschluckt in demselben augenblick bekam er rote gutmütige augen und leckte sich zufrieden wie ein kleiner hund die schnauze das war eine freude er kann auch kunststückchen machen sagte der milchstraßenmann natürlich mußte er peterschen nun die pfote geben und vor anneliese gar ein männchen machen oh wie das aussah bis oben in die kuppel des saales reichte er hinauf als er sich gutmütig aufrichtete vor anneliese die wie ein winzig winzig kleiner weißer floh vor ihm stand in ihrem hemdchen der eismax war ganz begeistert von der kühnheit dieses kleinen mädchens er kam und küßte ihr die hand wie einer großen dame nun war anneliese natürlich wieder ein bissl verlegen es gab aber jetzt keine zeit mehr zu verlieren der milchstraßenmann kam schon mit einer leiter zum aufsteigen herbei während die kinder der nachtfee und ihren gästen ade sagten eine menge küsschen bekamen sie dabei von allen peterchen dachte der vom taumariechen hat am besten geschmeckt wunderschön und der von der blitzhexe am schlechtesten so ein bisschen brenzlig anneliese fand den kuss vom morgenstern am schönsten und dem vom regen fritzen gar nicht sehr schön so ölig heimlich wischte sie sich das mäulchen ab aber ganz heimlich nur denn es war doch sehr nett daß alle diese wilden wesen so freundlich zu ihnen waren man durfte sie gewiß nicht beleidigen inzwischen hatte der milchstraßenmann die leiter an den großen bären gelegt und nun kletterten die vier auf den rücken des gewaltigen tieres sandmännchen saß vorn und lenkte ihnen bei den ohren dann kam peterchen dann anneliese und ganz zuletzt der maikäfer der wieder eine bedeutende angst hatte und so dicht an anneliese heranrutschte als es nur irgend möglich war als sie sicher oben im weichen fell saßen winkte ihnen die nachtfee mit allen ihren gästen noch einmal lieb und freundlich zum abschied und dann ging's los hopp petz rief das sandmännchen der gewaltige bär schnaufte einmal und noch einmal wie eine lokomotive und stürmte aus dem saal über die wolkenberge die das schloss trugen hinaus ins weite so rasend schnell daß den reitern fast hören und sehen verging ende des siebten kapitels